Hallo, ich bin's wieder, Kevin. Nein, nicht Kevin, Frank von Schräg. Ja, ich sitze hier wieder im White Tesla, white-tesla.com, die neue Autovermietung in Konstanz. 20% Rabatt, wenn ihr zum ersten Mal bucht beim Christian. Ja, Sprachstörungen bei Tesla ist das Thema hier gerade. Weihnachtsupdate, wir haben die Sprachbefehle bekommen oder wir haben sie mehr oder weniger nicht bekommen, weil die, die drinstehen, funktionieren ja nicht. Aber ich zeige euch heute mal, welche funktionieren. Ein letztes Mal. Zeige die Rückkamera. Die Satellitenansicht wird eingeschaltet. Und jetzt ist Schluss damit. Sitzheizung einschalten. Sitzheizung auf Stufe 1. Hintere Sitzheizung einschalten. Sitzheizung auf Stufe 1. Sitzheizung auf Stufe 2. Sitzheizung ausschalten. Mach es wärmer. Mach es kälter. Umluft einschalten. Umluft ausschalten. Navigiere zur Hannover. Navigiere zur Messe in Hannover. Navigiere zum nächsten Supercharger. Satellitenansicht einschalten. Satellitenmodus ausschalten. Hineinzoomen. 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 Herausszoomen. Herausszoomen. Navigiere zum Flughafen Stuttgart Navigation beenden Navigiere zum Supercharger Leonberg Navigiere zum Supercharger Ulm Abbrechen Handschuhfach öffnen Spiegel einklappen Spiegel ausklappen Ladeanschluss öffnen Ladeanschluss schließen Linken Außenspiegel einstellen Navigiere zur Gartenstraße in Nahbahn Navigation abbrechen Lenkradheizung an Lenkradheizung aus Fahrer zur Arbeit Fahrer nach Hause Navigation aus Navigation aus Na also, geht doch Ja, zugegeben Alle Fehlversuche habe ich diesmal rausgeschnitten Ne, nur um das nochmal zu ergänzen Vom letzten Video Es gehen durchaus ein paar Sachen Und auch die Navigation geht Wenn man zur sagt Und nicht zu Ja Es wird besser Nein, es ist ein klein Unterschied zu merken Ich habe jetzt nur mal die Sachen gezeigt, die gehen Also im Moment ist kein Update der Updates oder nicht Updates gekommen Das kommt dann noch Heckkamera anzeigen Heckkamera anzeigen Rückkamera anzeigen Rückkamera anzeigen Rückwärtskamera Schaue nach hinten Ich will nach hinten schauen Rückkamera anzeigen 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 Kamera am Heck einschalten Heckkamera anzeigen Das geht einfach nicht Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt am Kanal, abonniert den Kanal, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was in der E-Mobilität und bei Tesla so los ist Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss Ja, das ist Schreck Ja, das ist Schreck